Herzlich willkommen! Dieser MOOC ist Teil der Reihe Was mache ich hier eigentlich und stellt die Frage gleich viermal. Zu Studienbeginn, beim ersten Schreiben an der Uni, wenn Ihre Bachelorarbeit ansteht und beim Wechsel in ein Masterstudium. Die Frage stellt sich also viel öfter, nämlich immer dann, wenn wir einen wichtigen Schritt im Studium machen und uns einer neuen Herausforderung stellen. Mit jedem dieser Schritte hängen Erwartungen an sich selbst, das Studium und von Seiten der Lehrenden und der Institution zusammen, die nicht immer offensichtlich sind. Dazu haben wir, Lehrende und Studierende aus Geistes, Sozial, Natur, formalen und angewandten Wissenschaften, zu ihren Perspektiven auf die jeweilige Studienphase befragt. Die Videos, die Sie in den MOOCs sehen, basieren auf im Vorfeld geführten Gruppeninterviews, aus denen wir Aussagen herausgefiltert haben, die Erwartungen explizit machen oder in denen eigene Erfahrungen und Tipps geteilt werden. An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei allen bedanken, die an den Gruppeninterviews teilgenommen haben bzw. die sich zum Videodreh bereit erklärt haben. Die Lektionen der MOOCs haben Mitarbeiterinnen des Teams Wissenschaftlich Arbeiten und Peer Learning vom Center for Teaching and Learning der Universität Wien gestaltet. Ihr Entstehen verdankt die Reihe im ganzen Team engagierter Kolleginnen. In jahrelanger Zusammenarbeit mit unseren studentischen Mitarbeiterinnen, den STEOP und Schreibassistentinnen und in unserer eigenen Lehre haben wir lernen dürfen, dass es manchmal nur einen Perspektivwechsel, Hintergrundwissen oder eine Übung braucht, um handlungsfähig zu werden. Darum geht es in diesem MOOCs. Um Unterstützung, sich in der jeweiligen neuen und fordernden Situation zu orientieren, Erwartungen und den eigenen Standpunkt zu reflektieren und den nächsten Schritt im Studium zu wagen. Sie haben sich entschieden, ein Studium an einer Universität zu beginnen. Sie starten gerade in Ihr Leben als Studentin. Sie versuchen, die STEOP zu durchschauen, zu meistern, die Prüfungen zu schaffen und jede Menge neues Wissen und neue Informationen in sich einzusaugen und so aufzubereiten, dass Sie die Prüfungen erfolgreich bestehen. Und zwischendurch fragen Sie sich immer wieder oder sollten sich immer wieder fragen, was mache ich hier eigentlich? Genau bei dieser Frage wird Sie dieser MOOC unterstützen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, kommt die Frage auf, war das die richtige Entscheidung, ein Studium an dieser Universität? Ist das Studienfach das Richtige für mich? Wie schaffe ich dieses STEOP? Wie lerne ich so, dass ich mir das alles merke und auch richtig reproduzieren kann? In diesem MOOC bekommen Sie Klarheit darüber, wie sich ein erstes Semester an einer Universität gut organisieren lässt, was von Ihnen erwartet wird, was Sie von sich selbst erwarten sollen und dürfen und wie man erfolgreich in ein Studium startet. Wir arbeiten in diesem MOOC auf Basis der prozessorientierten Lernforschung, der Hochschuldidaktik und aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaftstheorie und der Kognitionswissenschaften, wobei wir auf Aspekte fokussieren, die für alle Disziplinen relevant sind im ersten Semester an einer Universität. Mein Name ist Birgit Petersohn, ich bin Biologin mit Fokus auf Kognitionswissenschaften und ich beschäftige mich schon seit mehr als zehn Jahren damit, wie dieser Einstieg in eine Universität in ein Studienfach, das man gewählt hat, aber auch ins universitäre Lernen gut funktionieren kann. Und ich freue mich jetzt, Sie durch die vier Lektionen dieses MOOC begleiten zu können, wo wir uns unterschiedliche Aspekte dieses Einstiegs in eine Universität anschauen werden. Dabei liegt der Fokus darauf, Sie teilhaben zu lassen an den Erfahrungen, die andere Studierende bei ihrem Einstieg in die Universität gemacht haben. Das heißt, Sie werden Videos sehen, wo Ihnen Ihre KollegInnen erzählen, wie das für Sie war, in der Universität anzukommen, Ihr Studienfach kennenzulernen, zu lernen, wie man mit diesen Anforderungen umgeht, die das jeweilige Studienfach an Sie stellen wird. Und auch diese Studieneingangs- und Orientierungsphase, die STEOP, erfolgreich abzuschließen, um dann erst richtig in sein Studienfach, in sein Studium losstarten zu können. Zusätzlich werden Sie auch von Lehrenden unterschiedlichster Fächer hören, einerseits, wie Sie Ihren Einstieg in die Universität erlebt haben, aber auch, welche Erwartungen von Seiten der Lehrenden an Sie als Studienanfängerin gestellt werden. Das bedeutet, hier ist nicht im Mittelpunkt, so ähnlich wie an der Universität nur Wissen in sich hineinzuschaufeln darüber, wie man den Einstieg in ein Studium gut schafft, sondern sich mit den Erfahrungen und Erwartungen anderer auseinandersetzt, die dem eigenen Erwartungen und der eigenen Herangehensweise gegenüberzustellen und dadurch mehr Klarheit und Durchsicht zu bekommen, wie Sie Ihr Studium gut beginnen und gut weiterführen können. Dazu gibt es vier Lektionen. In Lektion 1 geht es um das Ankommen an der Universität. Lektion 2 befasst sich mit der STEOP, der Studieneingangs- und Orientierungsphase, in der Sie in Ihr Fach einsteigen. Lektion 3 fokussiert auf universitäres Lernen und Lektion 4 schließt dann ab mit einem Resümee darüber, okay, wie beginnen Sie jetzt Ihr Studium, wie gestalten Sie es, nachdem Sie über diese Schwelle des STEOP getreten sind, weiter, sodass Sie erfolgreich in die Universität ins Studium starten können. Wir hoffen, ich hoffe, dass ich durch diese vier Lektionen dazu beitragen kann, dass Sie sich ein bisschen leichter orientieren können, dass Sie den Studieneinstieg auch gut reflektieren können und ein paar Tipps und Tipps kriegen, was Sie tun können, damit Sie Klarheit bekommen oder erfolgreich durch diese Phase schreiten. Viel Spaß!